Schönen guten Buongiorno und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. eine neue Videoreihe, die ich geplant habe. Und zwar geht es darum, dass ich Ende Februar zu einem Meet & Greet zu den Steinehelden fahren werde. Wie ist es dazu gekommen? Und zwar, die Steinehelden haben im Dezember 2022 auf ihrer Facebook-Seite dieses Meet & Greet verlost. Und dadurch, dass auf der Facebook-Seite offensichtlich nicht so viel los ist oder halt relativ wenig Teilnehmer da waren, es waren, glaube ich, 15 Kommentare, standen meine Chancen recht gut. Und tatsächlich habe ich dieses Meet & Greet gewonnen, worüber ich mich sehr freue. Sie haben mir eine E-Mail geschickt mit den ganzen Daten, was ich alles wissen muss und nicht wissen muss. Und da gab es dieses hübsche Anmeldeformular. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Das ist doch etwas hell. So, mit den ganzen Daten auch drauf, wann das Meet & Greet stattfinden wird. Das muss ich ausfüllen und zurückschicken. Da kommt ihr jetzt mit ins Spiel, denn dort steht, folgende drei Fragen wollte ich Steini und sein Team schon immer mal stellen. Also die Steinehelden in dem Sinne. Und da kann man drei Fragen formulieren, die dann im Laufe dieser Führung oder dieses Tages beantwortet werden sollen. Ich habe jetzt, also ich habe tatsächlich diese Mail schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen. Und mir fällt einfach partout nichts ein, was ich da groß fragen soll. Denn das meiste davon ist mir bekannt. Ich meine, es ist ein Inklusionsbetrieb, das wissen wir alle. Er sitzt in Kaiserslautern und verschickt tolle Lego-Sets, die auch immer hervorragend verpackt sind. Und das ist so das Wichtigste für mich an dieser Firma. Aber ich würde gerne euch, der Community, die Möglichkeit geben, eure Fragen vielleicht zu formulieren. Was ihr schon immer mal über die Steinehelden wissen wolltet, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Die würde ich dann ganz gerne mitnehmen, die Fragen, und dann dort vor Ort stellen. Ich habe auch schon auf Facebook mit den Steinehelden gechattet im Vorfeld dieses Meet & Greets. Und hatte gefragt, ob ich da dann auch ein Video machen darf. Und zumindest die Leute, die den Chat betreut haben, haben gesagt, ja, ist in Ordnung, kannst du gerne machen. Das heißt, ihr werdet mich dann auf diesem Ausflug begleiten. Deswegen habe ich diesen Titel auch gewählt, Teil 1. Mal gucken, wie viele Teile es nachher geben wird. Und ich denke mal, spätestens Anfang März werden wir dann so ein paar Videos haben. A la Roadtrip-mäßig, weil Kaiserslautern ist nicht gerade um die Ecke. Und meine Planung sieht aktuell vor, dass ich dort wahrscheinlich zwei Nächte schlafen werde. Und dann tiefenentspannt dort mich hinbegeben werde, wenn es denn soweit ist. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, schreibt gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Ich nehme sie dann gerne mit auf in dieses Formular und schicke das zurück. Tatsächlich, ich muss das Formular bis, was steht hier, achso, das steht in der E-Mail, bis 17., glaube ich, 17. Februar muss ich das zurückgeschickt haben. Das heißt, von heute an werden wir wahrscheinlich so eine Woche, anderthalb Wochen Fragen sammeln und dann schicke ich das zurück. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Fragen da, die würde ich dann ganz gerne mitnehmen. Und dann werdet ihr sie vielleicht in einem zukünftigen Video hier auf diesem Kanal beantwortet haben. Gut, ja, das wollte ich nur loswerden. Ich bin gespannt, ob euch mehr Fragen einfallen als mir. Ja, genau. Und ansonsten sehen wir uns nachher im Livestream. Und wie gesagt, Vlog-mäßig, Steinerhelden-mäßig machen wir noch irgendwas Schönes draus. In diesem Sinne, bis die Tage denn. Ciao.